Wenn ihr heute Nacht nichts mehr machen wollt, dann einfach durchschlafen oder wie lange wollt ihr ungefähr nächtigen? Eine Regulationsphase ist nur 6 Stunden, oder? Bis zum allerersten Sonnenstrahl. Noch nicht länger. Ja, dann wenn ihr auf alle Fälle bis zum ersten Sonnenstrahl warten wollt, gut, ja, jetzt ist es wieder abhängig davon, wann die Sonne aufgeht, wahrscheinlich so um 4. 4, 5, wenn wir gut hinkommen. Ich würde Isarun etwas schwarzen Mohn anbieten. Es stärkt die Regulation ungemein. Na gut, es ist ja etwas pflanzliches. Nicht ein Alchimikum, richtig? Genau. Und gut, es wird wohl besser sein. Vielen Dank. Keine Ursache. Wir werden unsere Kraft brauchen in der Stadt. Okay, dann, ähm... Wer wollte die erste übernehmen? Yalan alleine. Wollte die letzte übernehmen. Wurde die letzte übernehmen. Wer macht die erste? In meinem Winkern kann ich das machen. Ja, sind schärfe Probe. Ähm, ich glaube, die ist erst einmal erleichtert um 10... Nee, gar nicht, ist sie nicht. Das ist die Selbstbeherrschungsprobe zum Wachbleiben. Das Wachbleiben sollte nicht das Problem sein, gerade wenn ihr später dann auch genug Schlaf bekommt. Ihr seid nicht irgendwie in den Bergen unterwegs, aber eine sinn-schärfe Probe wäre schon mal ganz nett. Äh, Dunkelsicht wirst du nicht haben, ne? Nö. Dann ist es dunkel. Du konzentrierst dich, stehst dann irgendwie an dem kleinen Fenster, durch das Yalan vor ein paar Stunden durchgesprungen ist. Du guckst dann nochmal auf die Löcher, die ihr gegraben habt, beziehungsweise dann den Dreck, den du oder ihr gemeinsam in die Überreste von Damignifaxius, so eine Explosion, dann gesteckt hast, beziehungsweise in die Sphäro, und starrst nach draußen in die Finsternis. Vor dir rauscht natürlich der Fluss weiter, der dann doch schon sehr einschläfernd wirkt, oder eben dann, ja, die Natur um dich herum, die schwarzen Feuer, die dann auf der anderen Flusshalte brennen. Glaubst, dass du wohl was hörst? Rascheln. Vielleicht ist das nur ein Feldhase, der sich gerade irgendwie bei den Möhren oder sowas gütlich tut. Ja, also es kommt von der Landseite, nicht von der Flussseite. Auf alle Fälle von eurer Seite. Ja. Dann würde ich mal, hat die Bauernkarte an der Landseite auch ein Fenster oder ein Öffener? Du wirst sicherlich dann durch verschiedenste Fenstern in verschiedene Seiten dann auch reingucken können. Gerade jetzt in Richtung Süden raus ist der Blick dann durch die anderen vier Ställe und Häuser versperrt, aber du wirst dann durch verschiedene Räume dann auch nach draußen gucken. Dann würde ich da weiterhin hinhorchen und schauen. Während ich mich durch das Haus bewege, versuche ich auch, den Blick von Lichtquellen abzuwenden, um mir meine an die Dunkelheit gewöhntene Sicht nicht zu verderben. Würfel mal eine Tierkundeprobe. Spezialisierung Vögel gilt. Ja, bestimmt. Erkenntnis bei den Tieren. Du bist der Meinung, dass du wohl gerade zu dieser Uhrzeit würden Vögel nicht singen, nicht pfeifen, aber sie tun es von verschiedenen Positionen aus, auch um das Häuschen herum. Und dann hörst du ein Tier, was hier normalerweise überhaupt nicht hingehört, sondern eher in die Wüste. Ein Geier herum. Ach nee. Oh, wie würde ich denn die Entfernung einschätzen? Beziehungsweise fliegt das Vieh jetzt irgendwie vorbei, kommt es näher, fliegt es weg? Also ich würde mir das dann mal ein paar Augenblicke anhören, ob sich da irgendwie was ändert. Auch was die Vögel da so vor sich hin piepsen. Also ob das irgendwie so ein Singvogel, Pärchen gedudelt ist oder ob das so ein Alarmpiepsen ist. Ja. Gib mir mal eine Kriegskunstprobe. Du siehst am Himmel zumindest keine Vögel und es ist zu dunkel, um in den Bäumen irgendwas zu erkennen. Aber du fühlst dich eingekreist. Gut. Ja, das ist alles, was ich wissen muss. Ich gehe meine Gefährten wecken. Was ist da? Was ist da? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, da lauert irgendwas. Da steigt sich irgendwas im Schutz der Dunkelheit an uns an. Ein etwas oder irgendjemand? Ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht ist es dieses Geierwesen. Das war so ein Schrei. Ein Schrei? Er hat einen Schrei gehört. Ja, so ein Geierschrei. Seid ihr sicher? Pack eure Sachen wegen. Weck die Bauern auf. Ich wecke. Oh, bei Travia, was ist denn los? Leise. Da draußen ist irgendwas. Eventuell müssen wir hier weg. Hä? Wohin? Weg das Kind. Egal, weg von hier. Sie werden wir sehen. Den Kriegkenner? Nein. Wir bleiben nicht hier. Ihr bleibt erst einmal hinter uns. Wir sehen draußen nach. Bringen wir jetzt endlich was um? Vielleicht. Ich schlage vor, wir gehen uns nach draußen. Auf ihm, wir schauen uns an der rechten Hausecke, ich in der linken. Und wenn wir nicht sehen, wenn wir nicht sehen, dann gehen wir Richtung Maul. Sinnschärfe. Sag. Möglich ist es. Wir alle? Ich wenn du mal eine Sinne, eine schärfe Werte hast. Gerne, alle würfeln. Deswegen sieht Preu aus, ja alles. Und der ist zu lassen. Ihr könnt erkennen, wie sich jetzt aus dem Süden eine Fackel auf euch zubewegt. Vor allem nicht auf euer Haus, sondern zu dem Stall, wo Yalan den ihr Halkengardisten getötet hat. Und das Quietschen der Holztür hören, die dann aufgeschoben wird. Fackel daran verschwindet. Ich möchte mich anschleichen. An den Schuppen. Aus der Tür des Bauernhauses raustreten, aus dem Fenster herausklettern. Wir hatten schon gesagt, dass wir aus der Tür heraustreten. Oder war das noch nicht geschehen? Wenn du möchtest, kannst du das auch schon getan haben. Das war jetzt meine Ahnung, dass wir da an der Hauswand gepresst stehen und um die Ecke schauen. Ich muss gerade mal die Token ein bisschen kleiner machen. Wie gesagt, wir sind hier auf 1 zu 1 Niveau. Mal nach, dann stehe ich euch mal halt hier in die Richtung hin, ganz grob. Wo sind wir gerade auf welcher Karte? Hier. Moment, ich muss die Rommeliskarte wechseln. Ich war noch auf der mit dem Bauernhaus. Die hätten wir natürlich auch nehmen können, klar. Hier kannst du mich nochmal fokussieren, bitte. Danke. Ich sehe unsere Token immer nicht. Okay, jetzt. Ich glaube, der Schuppen mit dem Mann drin, dann der hier, richtig? Das kann gut sein. Also einer von den südlichen Schuppen, da hattet ihr ihn dann erstmal gefangen genommen, ihn gehängt. Und du hattest ihn dann getötet, ne? Dann stehe ich also hier an der Hauswand, nehme ich an. Wir hatten uns noch nicht die Mühe gemacht, ihn zu begraben, weil irgendwie andere Dinge anstanden. Ja, die anderen hat er ja auf alle Fälle begraben, das hatte ich schon gesagt, aber er hielt da wohl noch. Den anderen hattet ihr dann hier irgendwo auf dem Feld verscharrt, mit seinem Schädel und dem Schwert. Und jetzt in der Hütte, also entweder hier oder hier, konntet ihr jetzt sehen, wie die Tür sich geöffnet hat und die Fackel daran verschwunden ist. Und dann darfst du mal eine sich Versteckenprobe würfeln, beziehungsweise viel wichtiger schleichen. Die Versteckenprobe ist um 8 erleichtert, das ist nicht das Problem, weil es dunkel ist. Aber die Schleichenprobe könnte dann auch schlaggebend sein. Zum Glück bin ich am Araskan-Gerill ja ehrenhalber. Hatte der Schuppen eigentlich irgendwelche Fenster? Das ist ein Schuppen, vermutlich nicht. Ne, der Schuppen nicht, aber das Bauernhaus dazu. Dann blicke ich mich nochmal um, wenn ich sonst nichts und niemanden sehen kann. Dann rausche ich über die Straße. Das ist ein sehr guter Probe. Das ist ein sehr guter Probe. Wie ein gar preis ungefälliger Schatten. Ja, er geduckt immer an diesen kleinen Flackweg und bewegt sich zur Tür des Schuppens heran. Hatte er Betretende die offen gelassen oder hinter sich geschlossen? Die Tür ist wieder geschlossen. Dann ziehe ich vorsichtig. Mal einen Nachtwind. Und horche erst einmal. Was den anderen auffällt. Ja, dann ist er in der Dunkelheit verschwunden. Irgendwie ganz grob in Richtung des Schuppens. Wirklich sehen könnt ihr ihn. Mit einer Probe plus 13 könntet ihr ihn auch sehen. Wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Gehört habt ihr ihn wohl auch nicht. Alternativ ist das eine Probe plus 15, dann habt ihr ihn auch gehört. Aber. Ich bin dauernd blind auf beiden Seiten. Ihr hört die Vögel um euch herum. Ihr habt euch bereit. Ich bin dauernd blind auf. 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 Oh, viel zu Punkt. Du magst ja schön was. Das klingt sehr generisch nach. Ja. Es sind keine Vögel. Also ich nehme an, es sind entweder irgendwas, was das nachmacht, oder es sind Männer, die das nachmachen Genau Das sind keine Vögel, Feinde Macht euch bereit Ja Ja, ich würde dann, wenn Rafim das nicht möchte, Jalan hinterher Ich bleib bei Rafim, zieh mein Sebel Zert euch in meinen Rücken Natürlich Ja, ja, dann hinter dir, du lauscht gerade noch an der Tür Du hörst nichts von innen, außer auch die Vögel Und dann kannst du sehen und hören, wie hinter dir der Kies knirscht Ich könnte auch mal schleichen, soll ich mal schleichen? Ja, das müsstest du dann wohl Das würde vor allem nicht erschwert, ne? Schleichen ist nicht erschwert Sich verstecken wäre natürlich auch um acht erleichtert, aber das wird an dieser Stelle mal wissen Ja, das nützt mir nix, aber das ist doch ganz gut Die Probe ist schon unheilig Und so höre ich sie nicht kommen Du kannst natürlich auch versuchen, gegen die Punkte gegenzuwürfeln, aber Ja, also Ja gut, dann ist die Hose nicht nass, ist doch schön Ja, du hörst auf alle Fälle das Knirschen und kannst es zuordnen So leicht, das muss Iserun sein Ich drehe mich kurz nach hinten, signalisiere auf Attack Was? Oha, was habe ich denn in Attack? Verstehe ich das? Also ich habe das jetzt gelernt, warte mal, ich gucke mal gerade nach Zwei? Doch, das würde ich verstehen Kannst du, ich verstehe es? Ja doch, also was, wirst du auch schon hinkriegen? Das ist so einfach gefragt Er will wissen, was du von ihm willst Ihr könnt dann durch die Holzspalte auch erkennen, dass sich wohl im Inneren ein Lichtschein bewegt Von einer Fackel und da irgendwas tut, aber ihr hört kein einziges Geräusch Gut, ich deute nach oben und mache auf Attack keine Vögel, das Zeichen Mhm, also Antwort Flucht Fragezeichen Ich habe wohl das Gefühl, dass die Vögel weiter näher gekommen sind Also eben nur auf 100 Meter Entfernung Und es fühlt sich so an, als ob ihr weiter eingekreist werdet Und die jetzt nur noch auf 50 Meter in Entfernung sind Mhm, ich ducke mich mal etwas auf die Knie hier herab Gibt es an diesem Scheunentor einen Spalt, vielleicht an den Seiten zwischen den Scharnieren, durch den man hineinspähen könnte? Ja, also wenig, aber doch irgendwie möglich Dann tue ich dies Mit der Gewissheit, dass dieser Rundmannrücken weckt Das tue ich Ja, du kannst zwei Schatten erkennen, die sich da wohl bewegen Ist das nur ein Schatten? Er flirt Der Schatten ist verschwommen Und das liegt nicht an dem Fackelschein Sondern der Schatten ist tatsächlich nicht beständig Du glaubst wohl, dass das Gesicht nicht ganz menschlich zu sein scheint Die Gestalt muss sich wohl sowas wie eine Kapuze umgehangen haben Sonst wäre das gar nicht möglich, dass sie so aussieht Oder sie hat sehr lange Haare Aber du siehst wohl, wie sie eine sehr lange Schnauze hat Entweder ist das jetzt eine Echse, die darin steht Oder jemand hat sich eine Pest-Doktoren-Maske übergezogen Oder etwas, das so ähnlich aussieht Ein langer Schnabel Signalisieren und dann zu den anderen gehen wir zurück Der Plan Irgendwas Großes, was da wohl in den Feldern sitzt Links und rechts Und du kannst auch sehen, wie bei dem Erdbeerfeld Was auch immer das da ist Irgendwas geknackt hat Das Garten dort sich aufgeschoben Zumindest konntest du das Quietschen hören Und da bewegt sich was Großes Ich werfe mir meinen Kettenhänden darüber Löstereinander noch mal zu Also wir haben da Den die Bauern und das Kind Ja, selbstverständlich Und das Ehe rauskommt Wenn ihr aus der Tür seid, fangt ihr an zu rennen Rennen nicht auf Wir sind kurz hinter euch Auf ihm, Richtung Überall, Feinde Wir weichen nach Norden aus Ja, zur Not Zur Not Verfolgt werden, versuchen wir sie Ein wenig in östliche Richtung von euch wegzuziehen Verstanden? Zur Not geht ihr zum Fluss Da ist ein mächtiger Elementar drin Ich weiß nicht, ob dieser Elementar uns freundlich gesonnen ist Uns nicht, aber auch den Dämonen nicht Jetzt versuchen wir aber erstmal unseren Plan Deine Zeit zu überlegen Lasst euch nicht aufhalten Wartet nicht auf uns Los Ja, wir haben da huschlos Mit einem kleinen Sehr, sehr leisen Lied Was sie da wohl mehr zu sich selbst spricht Oder eine Liturgie Ein Mirakel Sie wird auf alle Fälle beten Und das Kind dann hinter sich herziehen Beziehungsweise so halb tragen Und auch die beiden Frauen Die sie dann noch mit an ihrem Gürtel hat Also die dann einmal links und rechts Einmal hinten reingegriffen haben Und die verschwinden dann in Richtung Norden Beziehungsweise Nordwesten in Richtung der Flussseite Und versuchen sich dann auch selbst mit dem Feld dann abzutarnen Und abzuhocken Und sind dann erstmal weg Sucht so viele tödliche Stiche wie möglich zu setzen Willkommen wieder Nach Möglichkeit kämpfen wir gar nicht Ich sehe dir innerlich zweimal Richtig, zweimal zwölf ab Gut Wir fügen uns jetzt hinterher Hattet euch ein wenig geduckt? Sobald wir im Acker sind, fangt dann zu rennen Tritt euch nicht um Und betet Preuers, dass er uns Vor was auch immer dort umlauert, beschützt Hat jeder sein Zeug? Natürlich Ich hab alles Gut Los, haben wir zuerst Dann schiebe ich ihn aus der Tür Was du auf tiefste Gang hast Fast auf den Knien Aus der Tür raus ruschen In Richtung Norden Ich probiere möglichst In der Nähe von Bäumen oder Büschen zu halten Und probiere in Richtung Feldkommission ist Dort Also Richtung Die Richtung Ich hab mich natürlich auch direkt hinter ihm Nur so zwei, drei Schritt Ich würde damit gezogen Aber für kriechen wollen Wenn du Abel mir nach draußen geschoben hast Und dich noch einmal umschaust Wollt ja jetzt Richtung Norden fliehen Kannst dann wohl noch sehen Wie du da den Türspalt Auch da wird sich wohl wieder irgendwas bewegen Und du siehst Wie was Schwarzes sich unten durch den Spalten durchschiebt Und du glaubst, es ist eine Ratte Aber Wenn sich dann dieses Ding durch den Spalten durchschiebst Kannst du kurz die schwarz funkelnden Augen erkennen Die Schnauze scheint verlaufen zu sein Als ob sie diese gar nicht mehr aufmachen kann Und du siehst pestartige Auswüchse Die dann aus der Ratte herausgeplatzt sind Und dann ist es wieder weg Blitzschnell Lauft, 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 lauft Ja Dann wird gerannt Gerannt So sprintet ihr in Richtung Norden In Richtung, ja, Nordwesten In Richtung des Flusses Schiebt dann die Halme beiseite Mitten in der Nacht Und habt nicht wirklich geruht Das ging viel zu schnell Ihr hattet mit viel mehr Rast gerechnet Hinter euch, neben euch Könnt ihr dann auch noch Keras laufen hören Der natürlich auch mitgekommen ist Gut, wäre jetzt doch nur Boltax hier Der könnte vielleicht auch irgendwas dagegen tun Irgendwelche Schutzkreise Irgendwelche Abschirmungen Und dann könnt ihr wohl neben euch noch erkennen Wie jemand direkt neben euch Durch das Feld hindurch läuft Ihr könnt nur einen schwarzen Einen schwarzen Mantel erkennen Wieder diese Diese Vogelmaske Die er sich wohl ins Gesicht gezogen hat Ihr hofft, dass es eine Maske ist Genauso schnell wie ihr Wenn ihr dann auch von den Knien hoch seid Ja, durch das Feld hindurch Und wenn ihr einmal nach links guckt Ist es wieder weg Dann auf der rechten Seite plötzlich Kann dieses Ding nur so schnell sein Dann könnt ihr ein Lachen hören Fast wie das von Tox ist Aber tiefer Und ein weiteres Gezwitsche Ihr brecht durch die Felder dann durch Und rennt dann durch das offene Feld Von Baum zu Baum Und Schatten zu Schatten Rennt dann in die Hecke hinein So einen kleinen Abwand hinunter Und könnt dann direkt am Fluss Weiter auf der Flussinnenseite dann laufen Weiter nach Norden Weiter nach Norden Die ganze Strecke Die ihr heute schon den Tag Zweimal gelaufen seid Jetzt noch ein drittes Mal Bis ihr dann in der Nacht verschwinden Ja, grob bis zu dem nächsten Bauernhaus Wo ihr euch dann vielleicht So was wie sicher fühlt Ihr fühlt euch immer noch beobachtet Könnt das aber nicht ganz deuten Keine Schatten Die ihr gesehen habt Einfach nur ein Ein widerliches Gefühl Einfach nur Ausgespäht Royoristisch Verhöhnend Aber dann brennen eure Lungen Und ihr könnt auch einfach nicht mehr Bis ihr dann an dem Ja, nächsten Bauernhaus steht Das war knapp Zu knapp Wir sind ganz offensichtlich aufgeflogen Ich weiß nicht, ob der Gefangene noch nach Hilfe rufen konnte Oder ob sie einfach nur spüren können, dass er sie verwarten hat Aber sie sind sehr zivil auch zu ihm gegangen Wir hätten nicht wieder dort hin zurückkehren dürfen Verflucht! Ich wünsche dich hätte ihn begraben, als wir konnten Nun, es ist zu spät Aber die Bäuerin und ihre Nachbarin Die sollten nicht hierbleiben, sondern weiterziehen Hat sich Avianda hier eingefunden? Frage an Ja, Avianda ist gemeinsam mit euch dann Und den Kindern und der Bäuerin Dann auch mit euch mitgekommen Natürlich das ein oder andere Mal Dann an den Hecken hängen geblieben Oder über Steine gestolpert Knie aufgeschlagen Aber nach und nach seid ihr dann hier gemeinsam angekommen Die wird niemals zurückgelassen Wenn sie natürlich nach uns suchen Andererseits Bin ich mir nicht sicher, ob wir uns in der Nacht bewegen sollten Sollen wir in die Berge fliehen? Das wäre die nächste Möglichkeit Die Kinder und die Frauen sollten fliehen Und wir rücken auf Romwellis vor Die Aufmerksamkeit auf uns Guter Plan Sie werden ihnen nicht hinterherlaufen Wenn wir in der Stadt anfangen Ihre Seiten umzubringen Das ist mir nur eine Frage Von den Magiern beantworten Hat sich ein Dämon bekannt, der Ich weiß nicht Von Der zog wohl einen Mantel Wie ein Hashtod aussieht Nur mit einem langen Nabel Eine Schnauze irgendwas Eine Rüssel vielleicht Nein Nein Von einem solchen Dämon habe ich nicht gehört Aber es ist natürlich Naja Ein Attribut Des Rastlosen Was darin herumlief War entweder ein Terboniter, wenn die Pest im Land ist Oder irgendein Dämon Oder ein Pakt mal Ja Das könnte es natürlich sein Habt ihr auch diesen Geierschrei gehört? Geiersch? Ich habe viele Vögel gehört Ich bin nicht sehr gut, diese auseinanderzuhalten Waren keine natürlichen Vögel Irgendein Dämonen Zeug Ich habe erst gedacht, es wären Männer, die Vögel nachahmen Aber wir haben niemanden getroffen Vielleicht haben wir jetzt zum ersten Mal Wirklich dieses Geierkind getroffen Können wir uns glücklich schätzen, den fortgekommen zu sein Ich glaube, er hat uns entkommen lassen Wir können von hier aus natürlich jetzt Wenn wir jetzt obdachlos sind in Richtung Neuborn gehen Das ist auch Travierland Natürlich noch ein Steinbruch hier ganz in der Nähe Was heißt ganz in der Nähe Sicherlich auch noch eine Tagesreise Aber mit einem realen Grund Könnte man auch währenddessen unterkommen Aber ich glaube, die Reise sollten wir dann Wollt ihr gemeinsam mitkommen nach Neuborn Oder wollt ihr euch tatsächlich noch nach Robynes durchschlagen? Wir müssen Ja Wir müssen Wir werden hier gebraucht Weil die Pflicht gebietet ist Ich wünschte nur Wir könnten vorher wenigstens einen Moment der Ruhe bekommen Das wäre schön, ja Iserun setzt einen Tee auf Der Erzdämon ist nicht wirklich für Ruhe bekannt Sondern eher für Rastlosigkeit Für Jagden Wir sortieren unsere Sachen Machen einen Plan Und in drei Stunden geht es los Ihr wollt wirklich in der Nacht losziehen Ich denke nicht, dass wir uns tagsüber noch bewegen können Wir müssen über die Mauer Wir müssen nach Romelis hinein Gut Vorschlag Wir bewegen uns parallel zum Fluss In dieser Entfernung ungefähr nach Süden Bis wir auf Höhe Neu-Romelis sind Dort ruhen wir, wenn es möglich ist, noch etwas aus Warten die nächste Dunkelheit ab Und bewegen uns dann über die Mauer Ja Ich stimme zu Das sind nochmal zwei Kilometer, oder? Ihr müsst nicht mitkommen Ihr könnt euch auch, wenn ihr unbedingt wollt Die Bauern nehmen und euch nach Neubauern durchschlagen Ihr solltet am besten sowieso die Bauern eskortieren Ich denke nicht, dass sie jetzt alleine unterwegs sein sollten Richtig Ich denke, sobald wir in Romelis sind, wird das Pflaster ein wenig Eine sichere Reise bieten Ein wenig zu rauf, aber Wie wäre es, wenn ihr Wenn ihr Geflüchtete oder so etwas habt Dass ihr die Vielleicht außerhalb bringt Meinetwegen zu diesem Hof hier Wenn ich meine Reise in Richtung Neubauern abgeschlossen habe Vielleicht nach Burg Sturmfels oder so etwas Allzu weit nach Osten würde ich auch nicht laufen Weil dann dort In den Bergen die schwarze Lande anfangen Aber Ich könnte sie zumindest abholen Und Diskortieren Vielleicht auch nach Dettenhofen oder so etwas Wenn wir Neuromanis Von Söldnern befreien können Ist das eine sehr gute Idee Wird das Beste sein Ich werde zumindest wieder umdrehen Wenn ich Hier jemanden finde Dann weiß ich Bescheid Ihr könnt ihm auch irgendwelche Nachrichten mitgeben Wenn ihr mögt Zum Falle ist dies wohl der Habschied Wir werden uns bestimmt noch einmal wiedersehen Glaube ich zumindest Ich kann ja auch Gerade dann in In einer anderen Gestalt Sehr schnell wieder reisen Weil ich es aktuell vorziehe Sicher zu reisen Und nicht schnell Das sind wie gesagt Die falschen Attribute Nun denn Wir haben es auch im Weg beschützen Und wir sehen uns Sobald das Mordeus tot ist Habe es und Travia mit euch Möge sie euch Gastfreundschaft schenken Wenn ihr dort seid Dass die Herdfeuer nicht verflucht sind Dann wird sie auch die Einzige sein Die das tut Also gut Keine Zeit zu verlieren Danke für alles Was ihr auch für uns getan habt Möge Chor euren Stab führen Möge Chor euren Stab führen So wie ihr gegen mich geführt habt Da werdet ihr noch den einen oder anderen Banditen hier das Fürchten lernen Ja Ich werde noch etwas weiter üben Hier und da mal ein Tripp Abgegriffen Zuerst von Firunia Und dann von euch Ihr seid schon ganz gut Ich bin mir sicher Der ein oder andere Bandit Wird Avis fürchten lernen Durch euch Passt auf Geh nochmal zu ihr hin Schüttel die Hand Wir sehen uns im Gart Spätestens Sie nimmt dich auch direkt in den Arm Und drückt dich Ich werde ein wenig steif Ja sicher Ihr seid noch ganz nass Ja Ihr jetzt auch Ja Tätschel mal ihr Schulter Ein bisschen Gart Ein bisschen Gart Wir werden uns schon finden Wie gesagt Gebt mir einfach eine Nachricht Oder so etwas mit Wenn ihr Flüchtlinge Oder so etwas hier Hier hin Eskortiert bekommen habt Ich weiß ja nicht Wie gesagt Ob ihr erfolgreich seid Oder Wie erfolgreich Natürlich Wir bringen Diese Nachricht Am besten Unter dem Herd In der Küche an Ihr findet dort Ein Zettel dann Unter dem Herd Das ist gut Ja dann nimmt sie Den kleinen Jungen An die Hand Und Ihren Stab In die andere Und wird dann Gemeinsam mit Den Bäuerinnen Zumindest erst einmal Reden Abgeduckt So dass sie erst mal Wieder ein bisschen Zu Kräften kommen Und dann Wenn ihr aufbrecht Könnt ihr wohl auch Sehen dass es Ja mit einem Blick noch nach hinten In die Dunkelheit Könnt ihr dann auch Sehen wie sich die Schemen In Richtung der Berge Bewegen Dann Bis zum nächsten Mal